Ho 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 Leute, vierter Advent, es gibt ein weiteres Gewinnspiel, das letzte Türchen wird geöffnet und wir haben einen Hammerpreis. Wir haben zwei Kenwood Chef Baker XL in schwarz. Brandneue Geräte, super super cooles Gerät. Ich verwende sie sehr sehr viel in meinen Videos, nicht in schwarz, aber jetzt neuerdings schon richtig toll sieht das Ding aus. Und die Maschine kommt mit zwei verschiedenen Schüsseln. Das ist sehr sehr angenehm, wenn du beispielsweise eine Masse hast, wo du Eiweiss und Eigelb aufschlägst, dann musst du dir die Schüssel nicht waschen. Einmal eine 7 Liter Schüssel und einmal eine 5 Liter Schüssel. Dann haben wir dabei den K-Haken, den Schneebesen, das Rührelement plus zusätzlich den Knethaken und den Spritzschutz, den ich persönlich nie brauche, aber ist Geschmackssache. Die Maschine ist richtig cool. Sie hat eine integrierte Waage und ist aufs Nötigste reduziert. Nicht viel Elektronik, das macht mir auch richtig Spass. Ich will starten können, Teig kneten, selber bestimmen. Eine Waage, die erleichtert das Ganze, aber nicht noch Connection mit Internet und weiss ich nicht was. Kann Sinn machen, hat diese Maschine nicht und da bin ich ehrlich gesagt froh, denn das finde ich richtig cool. Die Waage, das ist auch was Spezielles, wenn du oben schon einen Kenwood-Aufsatz hast oder vorne, die funktioniert auch da. Sprich, Fu-Prozessor, Zutaten rein, Waage erkennt es und du kannst die auch so brauchen, was richtig, richtig cool ist. Tolles Gerät, wir verlosen zwei Stück, also es kann zwei glückliche Gewinner geben, heute bei diesem Türchen. Die anderen Gewinnspiele wurden schon ausgelost. Heute habe ich den Gewinner gezogen vom dritten Advent-Gewinnspiel. Also schau unbedingt in die YouTube-Kommentare. Mir wurde gesagt, du, ich finde das nicht, wo kann ich das nachschauen? Der Top-Kommentar, also Gewinner-Kommentar ist oben angepinnt. Das ist der oberste Kommentar beim Video. Wenn du dort drin bist, herzlichen Glückwunsch. Schön hast du mitgemacht und schön hast du gewonnen. Diesen Preis hier, das geht auch eine Woche. Bis nächsten Sonntag werden wir zwei Gewinner ziehen, auch wieder im Top-Kommentar. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Was musst du tun? Wie bei den anderen Videos, einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren und einen Kommentar da lassen, warum du gerne diese Maschine möchtest. Das Gewinnspiel ist mit Zusammenarbeit mit Kenwood Deutschland entstanden, welche die Preise hier zur Verfügung stellen. Auch hier herzlichen Dank an dieser Stelle. Beim letzten Gewinnspiel war es sehr schade. Wir haben per Zufallsprinzip Gewinner ausgelost. Dann haben wir festgestellt, dass der Kanal nicht abonniert war. Dann müssen wir einen weiteren ziehen. Wir kontrollieren das. Daumen hoch, Kanal abonnieren, bloß zusätzlich einen Kommentar da lassen. Das muss erfüllt sein, dass du mitspielen kannst. Und es ist wieder begrenzt nur auf YouTube. Du kannst nur hier mitmachen, bloß zusätzlich wird es hier auch ausgelost. Ich wünsche allen, allen, allen sehr viel Glück dabei. Ich gönne es jedem. Wir haben einfach zwei Preise. Mitmachen, Kommentar da lassen, Daumen hoch und Kanal abonnieren. Es ist ein Gewinnspiel oder ein Adventskalender für meine Community. Darum komm rein, falls du noch nicht bist. Allen anderen natürlich viel Spass beim Mitmachen und allen viel Glück. Bis zum nächsten Video. Dein Marcel.